Achtung Berlin ist kein normales Festival. Ganz, ganz persönlich. Aufregend, lebendig, bunt, wild. Sehr kommunikativ. Was Achtung Berlin ist? Heimat. Für mich total chaotisch. Das Festival mit dem schönsten Eröffnungskino. Ziemlich jung, aber ziemlich cool. Ein ganz dynamisches und junges Festival. Achtung Berlin ist das wichtigste Festival in Berlin. Nach zehn Jahren aus der Berliner Festivallandschaft nicht mehr wegzudenken. Einfach wow.